Halli-Hallöchen, Popöchen und Willkommen zurück bei Fallout New Vegas. So, OBS gerade neues Update rausgekommen. Wir schauen mal. Wir schauen mal, was denn hier so geht. Okay, Terminal ist geschlossen. Die Tür ist auch verschlossen. Wir gucken mal. Okay, Moment. Okay. So, Plasma-Pistole, Munition. Gut, Munition haben wir. Erste Hilfe. Stimpaks, zwei Stück leere Spritze lassen wir hier. Öffne, das brauchen wir auch nicht. Das ist Wunderkleber, Stromleiter. Stromleiter. Plasma-Gewehr. Was? Nicht autorisiertes Gesichtsmuster. Was? Bitte Zugangskarte für Erdgeschoss vorzeigen. Äh, hab ich nicht. Ungültige Antwort. Was? Entfernen Sie sich. Sie haben 30 Sekunden bis zur Aktivierung der Sicherheitssysteme. Äh. 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 Hallo, beachten Sie, dass die Besuchszeiten von 10 bis 17 Uhr sind. Bitte zeigen Sie Ihre Identifikationskarte vor, oder verlassen Sie das Gebäude. Wie spät haben wir es denn? Oh. Können wir denn ein bisschen warten, dann, äh. Warte mal. So 7. 13 Stunden? 12 Stunden? Ja, 12 ist, glaub ich, ein bisschen doof. Äh. Vielleicht 7 Stunden, äh, vielleicht, äh, ich hab ein böses Gefühl, dass es jetzt gleich hier, die Luzi abgeht. Hm. Oh, vielleicht warten wir noch ein bisschen. So, 7. So. Man weiß ja nicht. Hm. So, jetzt haben wir. Oh. Okay. So. Warte mal, da waren Kronkorken noch. Nö, ich. Kronkorken. Die nehmen wir mit. Terminal verschlossen. Hm. Sie wurden gewarnt. Bitte verlassen Sie das Wachsgelände. Sonst muss ich annehmen, Sie sind ein Eindringling. Wie kann ich Ihnen dienen? Was ist denn ein langweiliger Schirm? Okay. Okay. Souvenir geht immer, oder? Lunchboxen. Taschenbecher brauchen wir nicht. Kaffeetassen auch nicht. Das ist der Souvenirshop hier, oder? Verschlossen. Schwer. Nein. Das ist der Souvenir, oder? Das ist der Souvenir. Das ist der Souvenir. Das ist der Souvenir. Ich hasse es. Gott sei Dank. Hat immer gedauert. Wo ist das denn? Damit kann ich jetzt nix machen. Spielzeug auch jetzt nicht. Kuchen. Äh. Oh Mann. falscher Knopf gedrückt. Energiezellen. Jetzt. Kronkorken. Laserpistole. Mensch. Vor Kriegsgeld. Gut. Baaah. Wir gucken mal. Ähm. Waffen. Laserpistole. Hm. Laserzünder. Maschinengewehr für Schulter. Minigun. Plasmagewehr. 36. 36. Plasmagewehr. 36. Haben wir zwar jetzt nicht so viel Schuss, aber... Alarm. Alarm. Einbringling. Oh nein. Alarm. Einbringling. Okay. Ah. Da. Kopf. Kopf. Eronika. Eronika. Eronika ist gewohnt. Pass auf wo du hin trittst. Boah. Immer so schön. Den würde ich... Ungerne. Das ist doch ein Augenbot. Auf. Niquel. Ach. Schöp. Und. Oh. Oh. Untertitelung. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Backe hier geht schon mal nicht lang da auch nicht verschlossen leicht oh nein ich und hacken ich und hacken zwei von vier korrekt nein das wollte ich nicht ah what wollte ich eins von vier dann ist es heads oder auch nicht hm 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 ok der ist zu das ist ein reinigungsmittelkarton putzmittel mhm vorkriegsgeld oh ungültiges gesichtsmuster oh ungültige antwort w w w w w w w Weil ich kann ja nicht so viel Was denn jetzt? Ich lad mal nach, Mann! Alter! Was? Gibt's doch nicht! Ja, jetzt muss ich erst mal hier so ein bisschen was fressen. Hm 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 hm. ok veronika ist bewusstlos ist natürlich schlecht das heißt ich muss mal ebenso hundefleisch ja das geht auch Bintels ja können wir auch nehmen und Nuka Cola das ist manchmal nicht funktioniert das habe ich jetzt immer noch nicht so ganz gerafft so oh pack mal was an haben sie was feines für mich ja das gibt's auch aha Annabelle vielleicht braucht ihr auch ein bisschen 9mm Patronen das wäre vielleicht auch mal angebracht äh so 52 Schuss reichen ja sorry jetzt mal ja ja blub 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 und der schreibtisch leer da ist noch was drin war gut nix gutes der ist auch leer und hier kam man ja lustig dann müssen wir irgendwas oder noch ja vor kriegs geld kommen mitnehmen auch das ist ja gut das ist ja gut Das ist der Valea, Mann. Überhaupt nicht nervig, das Geräusch. Döööööö. Oh, Alter, ich hab mich nur erschreckt, Entschuldigung. Ah, verschlossen. Äh, Elektroschock, Laserpistole. Alter, ich saß laut. Kerpentin, Stromleider. Arztasche, Munition, Elektron. Mhm. Ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn ich das hier überlebe, vom Geräuschpegel her. Oh, das ist aber auch, äh, nö? Ở, wer ja. Oh, das ist aber auch, äh, nö?